Hallo, ich bin die Katharina, ich bin 23 Jahre alt und Studentin. Geboren und aufgewachsen bin ich auf dem Land, bin also sozusagen ein kleines Landei, aber wohne jetzt seit über einem Jahr in Düsseldorf. Meinen Typ würde ich beschreiben als humorvoll, kreativ, ich nähe gerne in meiner Freizeit, ich male sehr gerne und einer meiner größten Träume ist einmal durch Panama zu reisen. SWR 2018